recht herzlich willkommen zur vierten folge von stella ist ja wir sind unterwegs hier dieses spezialprojekt zu machen wollen wir gucken das ist dieses hier ja genau dass wir das wohl sein das machen wir gerade 26 denn das ist ein anderes ex aber ist egal ich glaube das ist das da haben wir auch eine aufgabe außenposten erstellen müssen wir gucken also er erforscht das da auf jeden fall zypx posten genau das ist das dann haben wir irgendwo noch mal erforscht der das system hier genau das läuft und da war schon mal hier weiter was kommt da auf einer bat getroffen interessant dass man da hingehen okay militärmacht alien schiffe bitter aliens sind das konstruktion wo ist das unterwegs hierzu da was macht man das jetzt die frage macht das was war das gleiche das macht gar nichts oder außenposten bauen 170 für diesen befehl bereits so aus okay dann wird der außenposten gebaut passt gut kommen wir hier nochmal rein was sind wir da ressourcenproduktion das wird gerade gemacht wird erforscht christian kodex verfügbar wissenschaftler ist vor ort wissenschaftler ist natürlich wird zwei oder höher karte verfolgung okay da kommt ach wir haben den auch hier herrschaftsbereich erweitert dann lass uns mal das gerade auf der karte angucken ja das ist der außenposten da und da müssten wir dann auch einen machen ich weiß jetzt nicht wo genau aber sehen wir dann so militärmacht außenposten gut das ist jetzt unser konstruktionsschiff und das kann dann erstmal hier was konstruieren forschung sind das hier aus dem xc 407 möglichkeit ein verborgenes berex hoch posten machen wir 1 5 millionen verbindungsversuchen durch einen urschluss aller systeme des aktiven selbst eliminiert zu haben ok ist kaputt ok wir haben eine forschung erlangt gut so er baut da das ist schon mal gut ne da haben wir ja keins mehr wo ist er unterwegs ach so das ist jetzt erledigt dann können wir jetzt sagen er soll was neues machen ja und ich den ausgewählt habe jetzt mal sagen wir forschen hier weiter und fliegt ja erstmal in das system und dann gucken wir da nachher weiter was da die nachbar bereiche machen ne hier sind ja einige planeten vielleicht forschen wir dann da weiter ja so da bauen wir was was passiert jetzt hier system erkundet das heißt wieder nichts mehr zu tun das ist schon bekannt ja und da geht es nicht weiter da auch nicht da noch ausgänge ja haben wir da schon ja da waren wir auch schon hier waren wir noch nicht system erkunden gut passt system erkundet kann weg und ok das ist konstruktionsschiff wie weit ist noch nicht fertig baut noch ne genau ja unsere militärmacht so was passiert hier alles fertig geworden oder ja konstruktionsschiff was sollte das konstruktionsschiff dann machen ich denke einfach dieses system einfach weiter ausbauen ne so da können wir jetzt hier die ingenieurforschung ne und das schon weg zu spät gut und Energiecredits das ist ein bisschen schlecht da brauchen wir mehr die steigern wir gar nicht gerade was haben wir hier der Kommandant von Essen und Strikos hat einer Lebev gelernt ja und dann Nachschub umzugeben um die allgemeinen Schiffsunterhaltskosten zu senken ok wir bräuchten jetzt aber erstmal ah guck mal hier eigentlich ist das jetzt hier nötiger ne erst das machen und dann das da unten ok der wird sich wieder melden äh er kommt hier ins System war geflogen und soll das erforschen ne ne Forschungsschiff wenn ist denn der unterwegs bitteschön achso er sollte hier erstmal hinkommen und das hat er gemacht wir wollten dann nach dort genau wo ist er denn jetzt System erkunden schon drinnen ne ja macht er jetzt also wunderbar passt er ist am bauen da und dann muss er gleich hier noch da weitermachen vor allem wenn wir bei Energie kriegen weil da sind wir ja schon schlecht unterwegs ne gut das ist durch wo steht unsere Flotte steht hier in unserem Hauptsystem äh 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 wie der macht ja was ist mit der Flotte war da Raumhafen ähm Konstruktionsschiff Forschungsschiff Kolonieschiff brauchen wir ein Kolonieschiff ne ja Bauvorhaben abgeschlossen okay und was steht hier in der Vertriebebilanz ja das ist jetzt mit dem Energie warte mal Bauvorhaben abgeschlossen bedeutet wir können jetzt hier äh nochmal dahin achso hier da und äh Bergbaustation ne will ich eigentlich nicht ich möchte gerne die Energie haben achso das ist doch dann die Bergbaustation äh gut das kostet uns 76 um dann die Energie wieder zu kriegen müssten wir dann plus 1 gleich haben gut ähm ähm elitärmacht Mückengröße Bergbaustation 1 da bauen wir jetzt das mit ab die 4 hier haben wir 3 Ingenieursforschung da haben wir 8 was war denn unser Auftrag hier eigentlich Energie plus 10 und Mineralienannahmen äh da gibt es irgendwo eine Anomanie Fehlschlagrisiko ist 15 erforschen Mineralienannahmen plus 30 da sind wir gut bei ähm wir sind auf unbekannten an den Schiffe gestoßen die kommen immer wieder ne da sind sie und da ist unser System sollten wir da mal vorbeifliegen vielleicht sollten wir da mal vorbeifliegen sind wir da jetzt Anführer an der Stufe erreicht die erforschen war negative Bilanz ist auch klar so kommen wir hier jetzt mit unserer Flotte an Ah da ist sie Ah da ist sie so dann wissen die dass wir da sind allerdings wissen die auch dass wir da sind weil die nähern sich gerade oder wie sehe ich das okay Hitzel 5 scheint ein Standort einer großen Cyborex Basis gewesen zu sein okay das ist dann auch interessant und so was passiert jetzt hier so was passiert jetzt hier da kann man das ist ein Schiff wo ist unsere Flotte da okay er scannt da das heißt hm Bauform abgeschlossen wir haben jetzt wieder positiv ne noch nicht mal gerade ausgeglichen ja da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet unser Konstruktionsschiff brauchen wir hier erneut an wo kriegen wir denn noch mehr her warte mal ich glaube wir können hier hin fliegen ne der ist noch am Forschen das ist ein Spezialprojekt das System erkundet ne das ist nicht hier das ist das andere Schiff dann ok Konstruktionsschiff ist da naja was machen wir wir müssen noch mehr Energie haben definitiv auf anderen Seite müssen wir auch dieses hier noch fertig machen ich baue das jetzt erstmal ja und wie sieht es hier aus mit Energie nicht dabei ne hat neue Anführer geschlappt ja Fehlschlagrisiko erforschen erforscht hier gleich die Anomalie oder die Anomalie und das wäre ungewöhnlich Anomalie Stufe 1 was passiert da jetzt wird erforscht 6 Hitzl 6 oder Hizzl Hizzl 6 gut ja ja ungewöhnlich Energie messwerte was kommt da raus das ist die Frage ne wie lange dauerts keine Ahnung wie lange dauerts keine Ahnung wie lange dauerts keine Ahnung naja als Traveller erkundet wurde hat sich das Magnetfeld von Hizzl 6 komplett umgekehrt dieses selten Ereignis hat die Lage der Magnetpole des Planeten vertauscht glücklicherweise wurden alle Sensoren unseres Schiffs erfasst was unsere Wissenschaft und Wert vor der Daten beschert hat ok Woforhaben abgeschlossen und dann wieder eine negative Bilanz und diesmal aber richtig negativ mit 5 so jetzt müssten wir allerdings so ist das Erkundung nach bewohnbaren Welten eine lobenswerte Initiative ok wo ist nun aha ja ich nehme das Erste hier mal und wir müssen über diesen Weg nach da weil da ist jetzt das Kolonieschiff ja und jetzt ist die Frage wo das Kolonieschiff hinschicken damit eine Welt neu kolonisiert die für uns lohnenswert ist ne ja das war zu Ende gut also wir müssen schauen dass wir unser Kolonieschiff irgendwo hinschicken wo ein Planet ist den wir dann bevölkern können ja werden wir aber denke ich mal in der nächsten Folge machen und nicht mehr in dieser ne ja Oberfläche wie sah es da aus läuft das alles das ist alles gelaufen da ist sogar glaube ich jetzt einer dazu gekommen die sind gewachsen ne ja das ist doch schön gut dann müssen wir schauen wie wir weiterkommen ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss und dann